Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traut, oh heilige Paar. Ja, so, das war jetzt alles. Vielen typischen und leckeren Berlinern Weihnachtsbräuchen habe ich mich gemeinsam mit Neu- und Altberlinern, Freunden des Nachtlebens und charmanten Menschen mit großer Klappe bereits angenähert. In der letzten Folge unseres Christmas Specials komme ich um ein paar eingefleischte Berliner nicht herum. Sie nehmen kein Blatt voll im Mund, essen alles, was ihnen in die Quere kommt und haben sich dem Weihnachtsfest mit Leib und Seele verschrieben. Es war einmal ein kleiner Tag. Der war so klein, da kommt ja jemand. Auch als großes Kind immer wieder schön den Weihnachtsmann zu treffen. Ja, das war aber schön. Hallo, wie bist du? Ich bin der Michel. Der Michel. Ich komme mal zu dir, wenn das in Ordnung ist. Warst du das nicht damals mit dem Schaufenster? Frank Knorre ist schon seit 35 Jahren Berliner Weihnachtsmann und unterrichtet jedes Jahr aufs Neue 40 weitere Weihnachtsmänner. Normalerweise begrüßt der Weihnachtsmann die Kinder mit. Draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es Weihnachtet sehr. Okay, das habe ich auch alles noch in Erinnerung. Du wächst schon wieder Kindheitstrauma zuerst. Aber woher kam denn deine Passion zu sagen, ich werde jetzt Weihnachtsmann? Weil ich war erst mal Studentenjob. Und die Passion kam am Heiligabend, als ich in der ersten Familie drin war. Da war ich einfach der Weihnachtsmann. Ich habe gemerkt, ich habe meine Wirkung gehabt. Das hat einfach Spaß gemacht. Ich habe, sage ich mal, provisorisch was zusammengesammelt, was für mich so nach Weihnachtsmann aussieht. Du guckst schon kritisch. Ja, bei uns gibt es gewisse Standards. Darauf hat man sich geeinigt. So und so viel Polyester, so und so viel Baumwolle oder was sind die Standards? Ich ziehe es mal an und dann kannst du mich ja vielleicht gesamt kritisieren und kannst du quasi deine 35-jährige Erfahrung einbringen in mein Weihnachtskostüm. Aber redest du auch tiefer als sonst, um so ein bisschen den Weihnachtsmann rauszuholen? Ja, das kommt automatisch. Aber ich mache was anderes, wenn ich reingucke. Ich habe mir ja einen Tannenbaum zeigen lassen. Okay. Und dann sage ich, das ist ja der schönste Baum, den ich heute gesehen habe. Das probiere ich mal. Ich komme rein. Alles Gute. Ich komme rein. Das ist der schönste Tannenbaum, den ich heute gesehen habe. Wer hat denn den geschmückt? Wer hat denn den geschmückt? Der Weihnachtsmann hat mir jetzt natürlich schon einige Tipps mit auf den Weg gegeben. Was aber natürlich das Wichtigste fürs Weihnachtsfest ist, ist die richtige Tanne. Die suche ich mir jetzt aus in Werder auf dem Tannenhof. Dort kann man die nämlich selber fällen. Ja, wie funktioniert das bei euch? Nur sägen. Okay. Und eher warm werden. Oh Mann, ey. Das kann ja was werden. Wo ist mein Rentier, ey? Dashing through the snow in the one-house open sleigh. Oh, what feels we go laughing all the way. Tag hin, mein Lieber. Guten Tag. Bevor ich mich jetzt komplett im Wald verirre, kannst du mir gerade mal sagen, wo es lang geht? Na ja, so 35 Hektar hier kann man sich schon verirren. Ist aber nicht das Problem. Im Frühjahr arbeiten wir ja alle Flächen durch. Wir haben bisher alle gefunden, die sich verlaufen haben. Danke, dass die Hoffnung ist. Wir können mal die Sache abkürzen und in die Richtung gehen, wo wir ein paar Tannen finden. Okay. Was habt ihr denn hier für Bäume? Wir haben Koreatannen, wir haben Schwarzkiefern, wir haben Korktannen, Lasiocapa, Umorikenfichten. Was? Das sind so die Liebhaberbäume. Es gibt so viele Tannen. Es gibt noch viel mehr Tannensorten, aber das ist das, was wir hier anbauen, was bei uns auch wächst. Wie groß soll der Baum denn werden? Schwar, sage ich mal, so einen Kopf größer als ich. Ich bin 1,85. Sagen wir mal so zwei Meter. Ja, na dann. Warte mal, Almhörde, Blaufichten, Schwarzkiefer, Nordmann-Tannen. Ja, sind wir hier richtig. Okay. So, auf geht's. Boah. Wie sieht denn dein Tannenbaum aus an Heiligabend? Das entscheidet meine Frau. Aber was ist das jetzt hier für eine Tanne? Das ist die Fraser-Tanne. Die wird also in Nordamerika in den USA als Weihnachtsbaum zu großen Teilen eingesetzt an der Ostküste und hat einen ganz angenehmen Duft im Gegensatz zur Nordmann-Tanne, die relativ geruchsneutral ist. Schmeckt die auch so? Kann man auch essen, ja. Mhh. Das ist intensiv. Naja, nun, die ätherischen Öle, die da drin sind und der Harz ist ja auch gesund. Also andere verkaufen sowas in der Apotheke. Du hast es hier zum Wechsnacken. Richtig. Guten Appetit. Hier nebenan haben wir die Großmann-Tanne. Der Klassiker. Richtig. Ich glaube, für den entscheide ich mich. Und ich glaube, genau das hier ist mein Weihnachtsbaum. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Und jetzt den Tannenlikör. Da bin ich stolz drauf. Tannenlikör. Gerne. Zum Wohl. Zum Wohl. Also. Was ist da jetzt alles drin? Tanne. Tanne. Ganz viel Tanne. Der Rest ist geheim. Der Rest ist geheim. Wie viele Umdrehungen hat der? Na knappe 30. Funktioniert. Na? Schmeckt aber? Tannig. Tannig? Wie eine Kräuterlimonade. Hier etwas außerhalb von Berlin isst man ja auch traditioneller. Was gab es da so früher bei dir zu essen? Ich denke, dass die Essgewohnheiten oder Geschmäcker da nicht so verschieden sind. Also regional ist das ja alles eins. Natürlich gibt es in den Familien unterschiedliche Traditionen. Ja, ich esse eigentlich am liebsten Gänsebraten. Ja, eigentlich auch so. Das mache ich, seitdem meine Oma mir das gezeigt hat, auch selber. Also meist dadurch, dass ich Weihnachten arbeite, dann halt auch den Klassiker Kartoffelsalat mit Würstchen. Plätzchen! Heute bevorzuge ich die leichtere Kost. Heute gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen am Heiligabend. Das typische Weihnachtsessen, der Braten mit dem Rotkohl und den Klößen zusammen. Am Heiligabend esse ich am liebsten einen Kartoffelsalat und Wiener Würstchen. Seit ich klein bin, gab es das schon und das wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch geben. Ich fahre jetzt passenderweise mit meinem neuen Freund in die Fichtestraße. Dort gibt es nämlich das Restaurant Herz und Niere, das wie meine Oma damals es zur Spezialität gemacht hat, das Tier noch von Kopf bis Fuß zu bearbeiten. Schönen guten Abend, hallo. Hi, Michel. Hallo Christoph, Michel. Hallo. Tag, schön bei euch. Wie sieht es denn aus bei euch jetzt zur Weihnachtszeit? Was gibt es da zu essen? Jetzt bei uns im Weihnachtsmenü gibt es unter anderem auch gerade die Hirschkreule und der Hirschknacker, die Bratwurst quasi in der Vorspeise. Also man kann prinzipiell alles essen, Ohren, Nase, Füße, Haxen, das wird alles verarbeitet. Könnte ich mir das bei euch mal in der Küche angucken? Na klar, guckst du mal mit. Da geht's lang. Wir haben eine Ziphor-Speße quasi, das ist unsere Hirschbratwurst. Also alles, was wir vom Hirsch, von den Knochen abkratzen, alle Fleischreste, alle Sehen und Parüren, verarbeiten wir halt zur Wurst. Super intensiv. Das Thema Innerein ist ja nicht die Ehemanns Sache. Was isst du denn am liebsten? Äh, Entenherzen, rosa gebratene Entenherzen. Wir frossen jetzt einfach nur mal ein bisschen an, dann kommen die ganzen Geschmäcker, die halt drin sind. Und nochmal richtig schön raus. So. Ja, und dazu machen wir jetzt ein bisschen Kartoffelsalat. Den haben wir jetzt einfach nur mal ein bisschen temperiert, weil ich finde, wenn wir noch ein Morgen gemacht haben, der ist jetzt halt schön durchgezogen. Kartoffelsalat bin ich ja sehr speziell, da gibt es ja auch die verschiedensten Arten. Was ist das jetzt für ein Kartoffelsalat? Das ist Asphalwurst. Das ist eine ganz alte Kartoffelsorte. Das ist schon in so einem Bauermette. Jeden Sonntag kann man von 12 bis 15 Uhr dort Kartoffeln ernsten. Für einen Euro, das ist die Lose total schön. Das ist mal regional. Das ist super. Wir benutzen jetzt nur noch die Kartoffeln. Ich weiß, was du meinst. Weil nämlich gerade selber meinen Tannenbaum-Fan. Das ist geil. Das will ich auch machen. Also mit mir und Micha zusammen. Wir brauchen noch einen. Hättest du uns da mitbringen können? Hätten wir das gewusst. Mal rüber. Super. Wir müssen ein bisschen Salz drauf machen. Einfach mal. Aber super zart und saftig und schmeckt halt nach Hühnchen. Also wie wenn man sich das vorstellt. Aber wir sind nicht intensiver als eine langweilige Hühnchenbrust. Na dann würde ich sagen, essen wir es, solange es noch warm ist. Können wir gleich hier Platz nehmen? Ja, direkt Bier. Da gibt es noch mal so ein bisschen Essig-Flavor oben drauf. Das ist unser selbstgemachter Apfelessig. Oh, richtig intensiv nach. Und dann sage ich noch mal mit die Kühe drauf. Gänseherz, Hülschwurst selbstgemachte Radieschen und Mini-Äpfel. Und alles gleichzeitig im Mund. Ja, ne, geht nicht immer. Geht nicht immer. Ich probiere es mal mit einer Dreierkombi. Du kannst auch deinen Apfel so abziehen im Mund danach. Pass auf. Jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut. Welche Leute wissen zu schätzen all diesen Aufwand? Das Sammeln, das Regionale, das Durchdachte. Das Interesse ist auf jeden Fall da, das Schätzen zu lernen. Die meisten finden es halt auch toll, wenn man weiß, woher das Produkt kommt. Das Wichtigste ist halt, dass man entweder den Erzeuger kennt oder den Dealer, der von dem Erzeuger die Produkte holt. Erstmal vielen lieben Dank. Tschüss. Eine Überraschung habe ich noch. Ich bin jetzt echt dran. Ja, die Weihnachten fallen üppig aus dieses Jahr. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. Wenn du mich zum Essen einlädst, dann trinke ich dir nämlich mal was Kleines. Das war Weihnachtszeit vorbei. Kriegst du den so? Ja, geil. Christoph, ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Frohe Weihnachten. Ja, den haben wir echt auch. Danke. Ich befinde mich auf dem Weg nach Hohenschönehausen. Hohenschönehausen ist ein Vorort von Berlin, der doch eher berühmt ist für seine gräulichen, sozialistischen Plattenbauten. Dennoch gibt es heute hier einen ganz besonderen Anlass, nämlich ein wahres Fest der Lichter. Die beiden Nachbarn Ruprecht und Schaugerczynski liefern sich nämlich alljährlich zum Beginn der Adventszeit ein Wettstreit darüber, wer das schöner und impulsanter geschmücktere Haus besitzt. Deshalb schaue ich mir heute an, was die beiden da aufgefahren haben. Ich meine mal, inwiefern ist das jetzt, sage ich mal, für euch jetzt als Nachbarn immer wieder das Spektakel? Wer kommt hier alles zusammen? Engste Freunde eigentlich und es spricht sich immer mehr rum. Es wird immer mehr. Es ist rarschkalt. Hallo. Ich würde mir wahrscheinlich auch noch ein Blüter nehmen. Gerne. Wir wärmen uns von innen heute. Wir haben gerade nachgeführt. Knallen tut er aber. Ach guck mal, ihr habt sogar Würste da. Das ist super. Du würdest mir gerade Hot Dogs machen, das ist super. Was habt ihr denn alles drin? Natürlich die richtigen Rostmühlen, die nicht fehlen dürfen. Super. Davon viel. Ich nehme Sands Ketchup, klassisch. Vielen, vielen Dank für den Hot Dog. Sie sind die Mutter von? Von Marco. Von Marco? Ja. Das Christkind. Hallo, zack, Michelle. Marco. Ach, besinnliche Stube. Ich habe nur gehört, was ihr hier treibt. In eurer Straße. Du und dein Nachbar. Ja, genau. Guter Freund. Wir haben uns gefunden und getroffen und sind auf einer Welle. Ich dachte, ihr seid ein bitterter Rival. Nein, nein. Wir machen alles schon immer ewig zusammen. Also wir sind im Sommer am Pool und unterhalten uns über die Sachen, die wir im Winter gestalten wollen. Und dann haben wir eine gute Laune und dann bauen wir das halt auf und freuen uns. Na ja, gleich geht's los, ne? Richtig, genau. Jetzt müssen wir uns ja fast beeilen. Der Nachbar wohnt hier quasi schräg gegenüber. Genau. Wie heißt der nochmal? Thomas. Hei ho, hei ho, hei Tommy. Wir müssen langsam losmachen. Zeit wird's, wa? Ja, genau. Richtig. Ich bin Michelle. Hi, anhernehm. Marco habe ich schon kennengelernt. Du bist Thomas. Ihr seid ja echt Freunde. Sehr unfassbar. Also das ist also die Kommandozentrale. Das ist heute jeden Tag. Okay. Wir können gleich schnell starten. Wir können im Prinzip starten. Oh mein Gott. Jetzt ist los. Wer hat jetzt die Worten von euch beiden? Keiner. Keiner. Wie überall auf der Welt wird auch in Berlin Weihnachten gefeiert. Ich kenne jetzt jede Art von der Weihnachtsfeier hier unter den Berlinern. Ich war mit tollen Persönlichkeiten unterwegs. Ich selber freue mich auf meine Weihnachten und wünsche euch ebenso ein schönes, frohes Weihnachtsfest. Vor allem ein leckeres. Das war Munchies Guide to Christmas. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Binde, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Oh Tannenbaum, 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 oh